Jetzt kommt die beste Musik. Wenn du ab von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Ich hab mir das nie durchgelesen. Der sagt dir ja sogar, das passiert einfach so. Einfach so. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen und Z oder R und den Kartenbildschirm einzusehen. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ey, voll fies. Die erste, als würde man das nicht lesen. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Punkt, Punkt, Punkt. Alter. Oh, der Typ darf kein... Der Keolis ist kein Mod, deswegen darf er keinen Link posten. Und ich kann am Handy gerade nichts dagegen machen. Nein, ich muss noch rückwärts laufen. Weil der S-Mann... Schneller. Okay, ich lasse nicht hin. Bei mir sind die Links immer gelöscht. Ich lasse nicht hin. Halt! 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 Das würde mir auf jeden Fall helfen, weil früher hatte ich immer einen Laptop daneben stehen. Ja, ich spiele noch ein bisschen. Das sind so die ersten paar Proben jetzt. Wir haben herausgefunden, ich brauche ein Licht für meinen Tisch. Mir macht das nichts aus, dich Martin zu nennen. Ich war mir nur nicht sicher, ob du Martin heißt. Oh Gott, sie ist gerade bei der Post. Sie guckt gerade von irgendwo anders. Oh Gott, ich bin gerade einfach auf einem Bildschirm drauf. Das macht mich fettig. Max, vergrauen mir nicht die Jenny, egal was du da schickst. Oh, guck mal, sie hat da... Ne, hat sie gepostet. Twitch Prime ist es, okay. Und eine Luma. Stimmt, du bist ja Affiliate, du hast ja deine eigenen Emotes. Schon, das ist ja richtig cool. So, ähm, genau, wir wollten zur Prinzessin. Handy halt. Ja, aber ich bin auf dem Handy von irgendwem. Ah! Und das von der lieben Jenny. Ihr könnt ja auch mal erzählen, wie geht's euch denn eigentlich so? Weil, ich sitze hier seit knapp, keine Ahnung, einer Dreiviertelstunde. Und rede so um den Lebensfre... Alter, da ist ein Megaman in meinem Chat. Und das ist so vor mir her. So. Und ihr könnt ruhig auch ein bisschen... Ja, das ist echt ein super Emote. Ich finde den... Ich finde den super. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Versuchst du jedoch eine Stadt. Oder die Ranch. Steht die Zeit still. Warum?! Einfach so? Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen. Und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein! Verdammt doch mal! So, also. Dann habe ich jetzt meine Jenny da. Den Max. Und mir geht es russisch. Mir geht es eher so polnisch gerade. Das würde ich an, dass wir wirklich was klauen wollen. Mit dem Martin da. Ist doch schön. Dafür, dass wir 16.31 Uhr haben, ist das ein guter Schritt. Haben wir jetzt schon dacht? Na ja. Muss ich gucken. Dann können wir uns auch direkt noch ein Herzteil holen. Das machen wir. Alter, hier steht... Wacht. So. Da, die tanzen hier einfach rum. Die tanzen gar nicht. Guck mal, die drehen sich hier einfach nur. So würde ich auch gerne tanzen. Oh, warte. Mal gucken, ob das geht. Der Link hat hier voll das eingedrückte Face. Vielleicht sieht man das. So. Jetzt laufe ich mal zum Bildschirm. Oh, und auf einmal. Klatsch. Da guck, der ist einfach so zusammengedrückt. Ey Hund, geh weg. Dich brauche ich nicht. Einfach so zusammengedrückt. Da. Übelst... Wahrscheinlich wegen der Low Pixel. Naja, so funktioniert das. Na, vielleicht machen wir auch noch ein bisschen länger. Aaaaah, ne Sängerin! Aber warte, ich will mir doch erst das Herz einstellen. Weil, in dieser Stadt vermisst eine Frau ihren Hund. Und das ist ja ganz schrecklich, wenn man seinen Hund vermisst. Hallo Hund! Mitkommen! Hab den jetzt berührt und jetzt läuft der mir nach. Alter, keine Beleidigungen in meinen Chat-Max. Geh gar nicht! Jetzt hör auf! Mit den Links! Au! Ja, ja. Ein Brett auch beweist ihr, dass er alles anders sagt. Richard! Der Hund heißt... Was ist mit ihrer Lippe los? Warum hängt ihre Nase so schief? Ah, der lila in den Augen ist ganz nett. Ja, genau. Ja, ich weiß sowas auch, aber... Ich hab's jetzt einfach mal auf die Pixel geschoben. Da ist ja mein kleiner Richie wieder. Vielen Dank! Bitte nimm dies als Belohnung! Ich resse mir erst mal ein Herz raus! Äh... Richtig sick! Da guckt's ja wieder! Das sieht so aus! Und jetzt komm ich näher! Das ist so lustig! Aber danke auf jeden Fall für die Technik-Info! Oh! Hallo Wachen! Guckt mich nicht so an! Ich hab' nen süßen Po! Ich weiß! Oh, schön! Wow! Deine Kleidung! Wo trägt man denn sowas? Hast du mal einen Kick gekauft, hä? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh! Du bist ein Feenjunge aus dem Wald! Ich bin Marlon! Entschuldigung! Meinem Vater gehört die Lon Lon Farm! Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern! Doch bisher kam er nicht zurück! Bist du zufällig auch zum Schloss? Alter, Caps! Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Willst du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen! Es ist immer das gleiche mit ihm! Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich! Bewahre es warm und sorgsam auf! Du wirst es gebrauchen können! Hihi! Alter, ich hab' ein Ei bekommen! Endlich hab' ich mal ein Ei! Boah! Alter, endlich mal wieder streamen zu können, das ist doch geil! Im Gegend, jaaa! Schön! So, und jetzt stehen wir hier vor einem Problem! Und zwar sind hier überall Wachen! Aber anscheinend haben die Wachen entweder ihre Schlafmasken auf oder die Helme sitzen zu tief! Weil man kann einfach recht easy an dir vorbeilaufen! Hoh! Verdammt! Hey, Kleiner! Halt! Steh, ihr Lieben! Da hab' ich Königs! Hey, Chef! Lassen Sie mich bitte rein! Lange lebe Prinzessin Zelda! Lange lebe Prinzessin Zelda! Na gut! Was ist dich.... Was ist... Weil du nicht sagst... Wir nennen es... Hmm... Tja, schwer. Wie nennen wir dieses Küken? Wir nennen es... Ja, ich weiß! Alter, die will mich. Nein! Ich bin doch viel zu jung für sowas. Nein, wir sind irgendwie auf Bärte gekommen. Wir sind ja in der Erzieherklasse oder in der Gruppe heute nur zwei Jungs gewesen. Und da... Keine Sorgen, passiert mir auch nie. Da kamen wir auf einmal auf Bärte. Dann... Ja, Bärte sind eigentlich immer besser als nackte Haut. Manchen steht es auch nicht, aber bei denen hier in der Klasse, da geht das. Ist besser als ohne, weil sonst wären sie ein Babygesicht. Alter, voll insäßig gesagt. So, wir rüsten unser Schlagaderhuhn aus. Und... Alter! Mario, du hast dich ja gehen lassen! Seht ihr das? Er hat ne Brosse... Brosche. Das Gebiet wird von... Ja... Na, bei Metal-G1 ist es ja auch... Also... Schon sehr alt. Ganz schön. Wenn ich das mit dem Kopf machen kann... Ich bin Tarno. Ich bin Tarno. Ich bin dann auch der Lundfrau. 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 Was? Manon sucht nach mir! Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger! Oh, das ist so lieb! Hab ich doch viel Glück gehabt... Der Vater hat Ärger bekommen! Ja, ey, wenn deine Tochter dir Ärger macht, oder sagt, du kriegst Ärger, dann hast du einen Sitzen, ey. Der Burghof. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Yes. Das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir gehen mal oben lang. Ich glaube, ich habe schon viele Follower, ich habe, ich habe ja von früher einfach schon einige. 20 dürfte ich haben. Drei Zuschauer. Alter, ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Bei wie viel bin ich jetzt? Zwei, Alter, ich schaffe das nicht. Wie viel ist das nicht aussieht hier oben, die Pixeldinger? Ja. 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 Ja.